So, weiter geht's. Ich, äh... Ich... Was? Können wir an dem Telefon nochmal rangehen oder wählen? Ich bin mega verwirrt. Ich weiß gar nicht, was... Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was... Was? Was? Was war das? Was? Wieso müssen die Türen immer nach... nach innen aufgehen? Voll bescheuert. Hallo? Hä? Alter, ich... Ich... Woah! Was? Ich bin... Ich... Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach, guck mal, der kleine Mann. Ich bin... Ich bin so klein, so klein, so klein, so klein, so klein. Ich bin so klein und mein Pimmel ist fein. Was? Nein. Oh, ich nicht. Geh weg. Free game, jetzt. Alter, ich will das nicht mehr spielen. Haha. Ach, okay, also sind wir gerade gestorben anscheinend. So, wie kriege ich denn jetzt hier... Warte mal, dann muss ich hier die Schublade aufmachen, ne? Dann zeigt er mir die Nummer an. War doch so, ne? Ja, da. Uah. Was kam dann... Kam nicht hier die Nummer dann gerade irgendwie? War das nicht so? Dann fing an, das Bild zu leuchten. Dann kam die Nummer, ne? Oder? Ja, haben wir schon gelesen. Hä? Oder kann ich jetzt schon direkt da dran gehen? Ah, okay. Okay. Ich will das nicht mehr spielen. Okay, wir dürfen also nicht runterfallen. Ja, schon mal... Ja, schon mal... Da war... Da war doch keine Treppe gerade. Wo kommt man denn jetzt hin? Ja, toll. Da... Da falle ich da runter? Warte mal, ich geh nochmal zurück. Ich, äh... Ich laufe auch ein bisschen. Warte mal. Ich dreh mich mal im Kreis. Vielleicht ändert sich der Raum dann. Ui! Okay. Warte, ich geh nochmal... Ich geh nochmal zurück. Warte mal. Ist ja keine so gute Idee gewesen, zurückzugehen. Ja, toll. Okay. Also müssen wir da langen. Ich frage mich nur, wie das Spiel das jetzt denkt. Sollen wir da einfach runterspringen? Aber dann sterben wir doch, oder? Ja. Ich, ähm... Schaffen wir das, auf den Vorsprung hier zu kommen? Okay. Wir müssen also das Telefon erreichen. Ich versuche mal hier lang zu schlängeln, mich irgendwie. Wie soll ich denn hier ans Telefon kommen? Wo ist denn das Telefon hier? Da ist schon mal eine Puppe. Ich hasse die Puppe. Was? Ich bin verwehrt. Ich, äh... Okay, wir müssen eine Nummer wählen. Aber wie soll ich denn hier... Wie soll ich denn... Okay. Wo kriege ich denn jetzt eine Nummer her? Ich habe es versprochen, vor allen Dingen. Hat sie gesagt. Weißt du, sie so... Du hast es versprochen. Weißt du, ich so... Ist mir egal. Weißt du, sie so... 8-5-3. Finde ich super. Danke dir. Weißt du, ich so 8-5-3? Na. Warte mal. Warte. 8... 5... 3... Ich, sie so angerufen? Sie so ist mir egal. Hä? Falsch? Warum das denn? Ist so 8-5-3, oder? Oder 3-5-8 vielleicht? Ich so nochmal neu gewählt. Ich nochmal 3-5-8. Sie so, ich gehe nicht ran. Hä? 5-5-8-3? Warte mal. 3-5-8 hatten wir doch gerade, ne? Oder? Oder bin ich jetzt... 5-8-3 vielleicht? 5-8-3. 5-8-3. 5-8-3. 5-8-3. 5-8-3. 5-8-3. Willst du mich verarschen? Alter, du Spiel. 8-5-3. Hä? Sehe ich wieder irgendwas nicht? Wahrscheinlich, ne? Ist das irgendwas mit den Farben? Ob es doch alles so sch... Schwarz, wollte ich jetzt sagen. Oder ich meine so... 8-5-3? Oder habe ich mich gerade verfehlt? 8-5... Ich probiere nochmal. 8-5-3. 8. So. 5. Und die 3. Ne. Ach doch. Habe ich mich gerade tatsächlich... Tatsächlich verwehlt? Ach, wir haben das weggeschubst. Da haben wir gerade gestanden. Ich... Alter. Wir kommen... Hör! Bleib offen! Ich will nicht mehr sein. Geh weg! Ah! Muss ich jetzt... Ich will diese Tür gar nicht... Alter, bleib offen. Wo muss ich denn jetzt hin? Was? Was? Wo? Wo muss ich hin? Kann ich mit dem Telefon wieder irgendwas machen? Okay, diesmal ist... Wählen nicht... Nicht die Lösung anscheinend. Ich gehe mal wieder zurück. Ich... Er guckt rüber, aber wohin guckt er? Ach, da! Drei... Das letzte könnte eine Vier... Dahin ist eine Vier... Aber... Wie komme ich denn jetzt zu dem Telefon? Ja, 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 ist ja gut. Alter, dieses... Wie komme ich denn jetzt wieder zum... Zum Telefon? Das Telefon kann ich hier gar nicht aufheben. Oder muss ich die Tür schließen einmal vielleicht? Moment. So, warte. Hä? Da sind auf jeden Fall... Drei, fünf, vier. Aha. Ich muss nur richtig stehen. Geht das jetzt vielleicht? Aha. Drei, fünf, vier. Wir probieren es mal. Drei. Fünf. Warte. Na. Fünf. Na. Fünf. Und die... Na. Drei. Das funktioniert nicht so richtig. Fünf. Vier. Wo sind wir? Good night, man. Good luck. Yes. You too. Alter. Ich will da nicht langlaufen. Hüah! Alter. Da ist ein Telefon. Ich schau mal, ob ich eine Zahl sehe. Vielleicht sollte ich auch erst mal rangehen. Ich... Du scheiß Kack-Telefon. Ja, und jetzt? Ich kann doch... Ich kann doch nicht einfach da... Ich kann doch nicht einfach da runter springen. Nein, nein, bitte nicht. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein. Ich bin doch nur so jung. Ich bin doch nur so... Hüah! Hauptsache das Telefon klingelt noch. Ist wichtig. Fangen wir jetzt wieder von vorne an. Aha, Zettel ist zerrissen. Ach, guck mal, ich stehe jetzt telefonieren. Du verdienst das alles davon. Alles davon. Alles. Du verdienst das alles davon. Ich brauchst etwas zu ändern. Wie soll ich sagen? Finde. Final touches. Ein Finger. Ich brauchst ein Finger. Ich habe es eher mit einem Finger. Lege es. Ich habe es in einem Kuck. Ich habe es 1980 in einem Oberkarten. Ich habe es nuevo in der Minute. Ich habe es etwas kaputt. Ich habe es gestorben. Ich habe es geschafft. Das ist ein Kuckst. Oh, oh. Oh, oh. Okay, das war wieder ein Item, was wir brauchten. Ist die Decke noch? Ah, die Decke ist wieder ganz okay. Ich dachte, naja. Ui. Boah, das wird immer schlimmer, der Raum hier. Das wird immer bescheuert. Achso, was ich übrigens anmerken wollte. In der PC-Version kann man sich übrigens spiegeln. In Spiegeln. Hier leider nicht. Haben sie aus Performance-Problem wahrscheinlich rausgenommen. Da ist wieder ein Zettel. Kann man den lesen? Jetzt geht es ein bisschen mehr zu lesen, vielleicht. Ich habe dich gehasst. Selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, allein, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer. Den Kern der Wahrheit. Ich habe dich selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, allein, hoffnungslos. Endlich verstanden zu werden, vielleicht. Ich lese mal vielleicht vor, wie es sein könnte. Du wirst immer den Kern der Wahrheit nicht verstehen, vielleicht. Naja. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Naja. Dann schauen wir mal. Es ist doch eine Frau, oder sind wir das? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich glaube, das ist eine Frau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.